Ja, wir sind wieder im Wahlkampf. Wir wollen, dass Hessen sozialer gerechter wird. Deshalb wollen wir mit Ihnen gemeinsam eine andere Politik durchsetzen. Dazu brauchen wir Ihre Unterstützung. Wir wollen, dass eine andere Bildungspolitik, eine Hartz-IV-Verbesserung erfolgt, dass die Menschen wieder von ihrer Arbeit leben können, dass Menschen im Grunde genommen die Dinge, die sie sich vorstellen für eine bessere Zukunft, dass wir die gemeinsam erstreiten. Dazu müssen wir gegen die rechte CDU-FDP-Konstellation kämpfen. Dazu werden wir zuverlässig, wie wir das in der Vergangenheit waren, für unsere Themen streiten und hoffen auf Ihre Unterstützung. Untertitelung des ZDF für funk, 2017